Was noch ansteht, weil nicht, dass jetzt ihr denkt, das ist das letzte Video, also wir sind jetzt hier bei, lasst mal gucken, bei J, von A bis Z sind wir bei J, also ich hätte es gesagt, wir sind noch im ersten Drittel bei den DVDs und da stehen jetzt ja nur, also das sind Actionfilme und Actionkomödien, also da sind noch keine Komödien dabei, die gehen extra und wie ich schon tausendmal erwähnt habe, Sciencefiction geht extra, Deutsch geht extra, Edgar Wallace geht extra, Eurospy geht extra, also das kommt alles noch, aber so nach und nach kommt es dann erst. Erst, okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gerade erwähnt, meine Boxen kommen auch noch, man vergisst halt doch immer wieder was, dann kommen ja noch die Klassiker, die 60er Jahre Filme, 70er Jahre Filme, die stehen bei mir unter Klassiker. Gut, dann habe ich noch Musikkonzerte, ich weiß nicht, da mache ich wahrscheinlich auch nochmal ein kleineres Video, da habe ich auch ein paar Konzerte, aber da gehen die Geschmäcker ja auch auseinander, möchte ich mal sagen, da ist dabei Falco, Tina Turner, Michael Jackson, Genesis, Pink Floyd und so weiter, aber das stelle ich nochmal separat vor. Dann haben wir, ja, ich glaube, das wäre so grob, das wäre grob mal die Vorgehensweise, wo ich die Miss Marvel mit reinpacke, das weiß ich noch nicht, das ist glaube ich dann, naja, beim Edgar Wallace passt es nicht so ganz rein, aber es sind ja auch vier Schwarz-Weiß-Filme, das sind eigentlich die einzigen, die ich habe, aber ich will jetzt nicht wieder abschweifen.